Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Was ist das denn für ein Titel? Aber vielleicht hast du es schon mal erkannt, wenn du Gespräche führst und wenn du deine Kommunikation verbessern willst, dann ist oftmals Zuhören wichtiger als Reden. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von MR Rhetorik. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hier geht es wie immer um Rhetorik, Kommunikation und wie wir miteinander reden. Ich bin jetzt gerade mal hier vor meinem Buchregal, weil ich gerade ein paar Sachen hier rausgesucht habe, habe gedacht, Mensch, darüber müssen wir mal reden. Ich hatte nämlich gerade ein Gespräch, du glaubst nicht, wie viel Menschen reden können. Du glaubst nicht, wie Menschen ohne Punkt und Komma reden können. Du kommst da einfach nicht rein. Du sprichst und ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Und ich bin wirklich einer, der nicht hinterm Berg hält. So, also, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und vielleicht kennst du ja die Einheiten, also Gold ist mehr wert als Silber. Und Gold gibt dem Ganzen einen viel besseren Anschein. Es gibt dir einen viel höheren Wert, wenn du ein guter Zuhörer bist. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Frauen gerne sagen, Ach, die oder der hört so toll zu. Das ist so ein toller Zuhörer. Und das ist etwas, was du ganz oft hörst. Zuhören wird ganz oft als sehr, sehr angenehm genommen. Oder wahrgenommen, so muss ich sagen. So, wenn du jetzt überlegst, dass ein guter Zuhörer dabei lächelt, dass ein Zuhörer vielleicht auch mal traurig guckt, dann hat das alles hier mit der Mimik zu tun. Ein guter Zuhörer kann aber auch unterstützend zuhören. Wenn du mal reinschauen möchtest, es gibt die Stufen des Zuhörens, habe ich auch schon ein Video gemacht, ich werde dir das hier oben verlinken. Und du weißt ja auch, denk dran, abonnieren. Ich habe dir hier so einen kleinen Button eingebaut, damit du ganz einfach abonnieren kannst, damit du ganz einfach dabei sein kannst und sagen kannst, ja, schnell ein Abo und du verpasst kein Video mehr. Aber kommen wir wieder zum Zuhören. Wenn ich jetzt hier ein Monolog halte, wenn ich dir etwas ja hier im Video gebe, dann bist du automatisch in der Zuhörrolle. Wenn du aber einen Dialog hast, dann ist es so, dass du reden und zuhören kannst. Und jetzt überleg mal, wenn du einen Menschen gut verstehen willst, musst du gut zuhören. Wenn du einem Menschen werte- oder wertschätzend gegenübertreten willst, musst du ihn auch annehmen, musst du auch zuhören und zwar ganz genau zuhören. Und die letzten beiden Stufen, schau dir gerne die anderen Stufen auch noch an. Die letzten beiden Stufen sind ja einmal dieses aktive Zuhören. Das ist dieses, ah, okay, hm, 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 okay, ja. Oh, okay, ja. Na, das ist irgendwie so mal so ein bisschen, so, man nennt das auch soziales Grund, so, hm, 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 okay, ja. Aber das ist nicht die letzte, sondern die nächste Stufe ist das empathische Zuhören. Höre so zu, dass du, das ist der bewusste Versuch, in die andere Person hineinzufühlen. Geh in die Situation rein und fühle, was könnte bei der anderen Person sein. Was, was stört die andere Person. Und hier genau zu gucken, hey, sag mal, was ist da eigentlich gerade? Was, was ist das, was die andere Person wahrnehmen möchte? Was möchte die andere Person von mir? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also, fang an, richtig zuzuhören. Damit du zuhören kannst, musst du eins machen und das sind Fragen stellen. Stell die richtigen Fragen an der richtigen Stelle. Na, Fragetechniken haben wir hier, werde ich dir auch verlinken. Du hast ganz viele Fragetechniken. Die offene Frage, die geschlossene Frage, Alternativfrage, hypothetische Frage, zirkuläre Frage, da ist super viel dabei. Aber jetzt ist entscheidend, stell die richtige Frage an der richtigen Stelle. Welche Fragen musst du stellen, damit dein Gesprächspartner weiterredet? Wenn du zuhörst, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Wenn du schweigen möchtest, dann musst du Fragen stellen. Du redest ganz, ganz wenig. Man sagt so, wenn du in einem guten Gespräch bist und du willst mehr hören als sprechen, dann gibt es so diese Formel, ich sage mal so zwei Drittel, ein Drittel, manche sagen auch 20, 80. Du redest nur ein Drittel der Zeit oder nur 20 Prozent der Zeit. Und deswegen musst du Fragen stellen. Und dann stellst du offene Fragen. Sag mal, was habt ihr gestern Abend gemacht? Ah, interessant, okay. Wie viele Leute waren dabei? Ah, schau an, okay, okay. Wer war denn alles dabei? Ach so, guck an. Die Luisa auch. Und Luisa, sag mal, was macht die eigentlich beruflich? Ach, guck an. So könnte das gehen. Achte darauf, dass es nicht zum Verhör wird. Wenn du darauf achten willst, dass es nicht zum Verhör wird, dann ist es wichtig, dass du auch immer wieder etwas bringst. Etwas Aufbauendes, etwas, was ins Thema reinpasst. Denke mal dran, wenn du wertschätzend bist, bleibst du immer in der Linie, immer in der Linie bleiben und nicht auf ein anderes Thema schwingen. Das ist wichtig. Es wird nicht immer so wahrgenommen, weil es ist respektlos. Du bist respektlos, wenn du einfach sagst, nö, darüber rede ich mit dir nicht. Ich habe ein anderes Thema. Und deswegen achte einfach mal drauf, dass du in der Linie bleibst. So, und denk dran, bei den Fragen immer, möglichst, wenn du Informationen haben willst, offene Fragen. Wenn du das Gespräch oder das Thema in dem Moment abschließen willst, eine geschlossene Frage. Oder auch, wenn du, weiß ich nicht, was können wir noch nehmen, eine hypothetische Frage, wenn du jemanden aufbauen willst. Du nur mal angenommen, so und so und so, wie wirst du dich dann fühlen? Weiß ich gar nicht. Ja, und dann kannst du natürlich in das Empathische sehr schön reingehen. Denke mal daran, empathisch heißt einfühlen. Du fühlst dich in die andere Person rein. Deswegen achte drauf, dass du empathisch fragst. Ich gucke immer auf meinen Zettel unten, dass ich das habe. Und der letzte Punkt, dann sind wir auch schon wieder fast durch. Der letzte Punkt ist, halte Pausen aus. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Bedeutet, wenn du eine Gesprächssituation hast und die kann auch gerne mal im Business sein, dann überlege, hm, ähm, ja, ähm, da, ähm, nein. Wenn du überlegst, Ruhe. Wenn du eine Frage gestellt hast und die andere Person denkt, Ruhe. Ja, du kennst es vielleicht, du sagst, ja, sag mal, wie ist denn das eigentlich mit den bla bla bla. Ich meine damit, nicht reden. Wenn du eine klare Frage stellst, bist du ruhig. Wenn du eine klare Frage gestellt hast, wartest du. Es gibt Gesprächsteilnehmer, die brauchen drei, vier, fünf Sekunden, ehe eine Antwort kommt und die wartest du ab, du hältst aus. Ganz wichtig, du hältst aus und wartest, bis der Gesprächspartner antwortet. Erst wenn du merkst, hm, da ist vielleicht noch Erklärungsbedarf und das erkennst du an der Mimik, dann kannst du sagen, hast du meine Frage verstanden? Nicht so richtig. Okay, super. Ich stelle sie nochmal anders und dann stellst du sie nochmal. Und bitte, stell die Frage anders, nicht die Frage nochmal genauso stellen. Ja, nur weil du lauter redest oder deutlicher redest, muss es nicht immer verständlicher sein. Okay, ich hoffe, das hat dir etwas geholfen zum Thema Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, denn mir ist es ganz wichtig, eine bessere Kommunikation bedeutet nicht immer mehr reden. Bessere Kommunikation bedeutet, den anderen besser zu sehen, respektvoller mit der anderen, anderen Person umzugehen. Das bedeutet, sich in die andere Person hineinzuversetzen, aber auch durchsetzen. Wenn du merkst, ich bin zu einem Punkt, jetzt bin ich dran, dann redest du. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und wenn dir manchmal eine Frage gestellt wird, und du weißt nicht so richtig, boah, was soll ich denn antworten? Stell eine Gegenfrage. Du weißt es, ich werde dir, wie gesagt, ich habe es dir schon verlinkt, ich mache es hier hinten nochmal rein. Fragetechniken sind enorm wichtig und deswegen bekommst du nochmal den Link. Denk bitte auch dran, mein sechs Wochen Redner-Coaching kann dir auch helfen, wo du als Redner, als Kommunikator ausgebildet wirst, damit du einfach noch besser sprechen kannst, damit du die Fragen besser nachvollziehen kannst, damit du Fragen schneller und besser stellen kannst. Weiterhin wirst du, eine ganz Menge, ich muss gerade überlegen, weil ich gerade einen Coach hier habe, was ich mit dem mache, wirst du in Richtung Gedankenschnelligkeit getrimmt werden. Oftmals ist es so, dass du dann zu Hause sagst, das hätte ich sagen können und das machen wir nicht. Du bist in der Situation gedankenschnell und deswegen kannst du wunderbar reden, du kannst wunderbar zuhören und du bist ein wunderbarer Gesprächspartner. Mein Name ist Martin Rettmer, ich danke dir, dass du so lange dabei warst, wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und hab eine gute Zeit, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.